Wir finden, dass die europäische Agrarpolitik weit davon entfernt ist, Klimathemen, Biodiversitätsthemen, also der Schutz der Artenvielfalt, ins Visier zu nehmen. Wir finden, dass diese öffentlichen Gelder, also das ist ja auch Steuergeld, nicht für die richtigen Zwecke, für Gemeingüter ausgegeben werden. Die Bildung der europäische Agrarpolitik ist nicht der beste, denn die Leute kritisieren viel europäische Agrarpolitik für monokulturelle und industrielle Produktion. Aber auf der anderen Seite, da ist eine große Unterstützung für die Income der Income der Income der Income. Da ist eine Fokus auf der Sicherheit und der Eier quality, aber in general, die Reform der Kommunikulturen Polizieren gibt eine Chance, die diese Bildung für eine bessere Einige verursachen. Wir müssen unbedingt die Landwirtschaft umbauen, hin zu einer zukunftsfähigen Landwirtschaft. Die jetzigen Vorgaben der Kommission geben konditionslos die Gelder. Das ist für uns Business as usual. Wir sitzen mitten in einer großen Krise, die man Klimakrise nennt. Wir haben die Berichte, wie sehr Landwirtschaft verantwortlich dafür ist, dass Biodiversität verloren geht, dass Insekten sterben. Deswegen müssen wir doch jetzt in der nächsten Periode des neuen Finanzrahmens der EU alles tun dafür, dass diese Trendumkehr gelingt. Was ist der Grund, wenn Sie die Veränderung von der Europäischen Union? Was ist die Veränderung von der Europäischen Union? Was ist die Veränderung von der Europäischen Union? Market and prices regulation, capping of payments per worker accompany farmers towards their transition to environmental friendly practices. Organic farming is one of the solutions. Small farms must produce something very special, like nursery or ornamental plants or all possible colors of tomatoes or salads, propose food directly from the farm to the consumers. Weg mit der Bindung der Zuschüsse an Land, dann würden automatisch die kleinen und mittleren Bauern konkurrenzfähiger sein. Sie müssten auch nicht mit so hohen Botenpreisen, glaube ich, konfrontiert sein. Und wir wünschen uns auch, dass die Förderung von Jungbauern und von ökologischer Landwirtschaft einen viel größeren Anteil dieser EU-Gelder bekommt, als derzeit in den EU-Vorschlägen vorgeschlagen ist. Was ist die Förderung von den Kappen? Overall, I would say that the reform of the Kapp represents a major and a very wonderful opportunity. And it's very important to make the best out of this Kapp reform, because either we can have this wonderful opportunity or we can wait for several years to say, well, that was a missed opportunity. But the problem is that in several years it will be too late to save our agricultural sector. So we have to make the best out of this reform of the Kapp. We'll see you next time. We'll see you next time.